Wenn du zu spät zur Schule kommst Oh nein, jetzt habe ich den Bus verpasst und dann komme ich ja viel zu spät zur Schule und das gibt bestimmt einen Eintrag ins Klassenbuch. Ich laufe lieber, dann bin ich schneller. Wie spät ist es überhaupt, bruh. Na gut, jetzt ist eh zu spät, ob ich jetzt zur ersten, zur dritten, zur vierten bin, Jungs. Ganz ehrlich, ich soll nicht mal froh sein, dass ich überhaupt zur Schule gehe, oder? Ich gehe erstmal frühstücken.